hallo leute willkommen bei nacht production gaming heute mit dem 23 video mit mario card 8 deluxe heute wieder allein mit meinem frauchen sie spielt heute rosa gold peach die fährt heute auf den spezialkap mit 150 kubik hier ist auch meine co-moderatorin lucy sagt hallo lucy nicht wundern lucy ist gerade erst aufgestanden meine frage heute mal anders habt ihr haustiere wenn ja welche bleibt mir das meine kommentare wird mich mal interessieren und dann starten wir schon mal das rennen lehnt euch zurück und genießt das rennen vergisst mir nicht daumen hoch zu geben für das video und um kein rennen zu verpassen abonniert diesen kanal ich würde mich freuen bis bald ja 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.